Weil das Problem ist ja, um das nochmal klar zu machen, hier mit dieser Privatsphäre. Und was euch zuerst einmal nicht klar ist, also Diana hat mich ja da gefragt, auch diesbezüglich, weil die Helga die Einstellung von dir hatte. Und dann habe ich zuerst einmal gesagt, die Schwierigkeit, egal was du denkst, du hast nicht verstanden, wenn du so denkst, dass du der Einzige bist, der den Traum erlebt. Das ist ein klare, diese Äußerungen sind ein klares Zeichen des Nichtverstandenseins von Holophilie. Du glaubst, dass irgendeine Figur in deinem Traum irgendwie beleidigt sein könnte, sich angegriffen fühlt und jetzt ist es für dich ein Akt von Liebe, dass man das denen ja nicht antun muss. Jetzt mache ich aber eine andere Seite, dass vielleicht viele, jetzt denke ich mir wieder welche aus, die du ja immer selbst bist, wenn du die Rollen spielst, die extrem dankbar sind und sowas als einen Augenöffner sehen, weil sie merken, Mensch, ich leide ja noch an demselben Problem. Wir haben ja immer zwei Seiten. Es sind ja nicht nur welche, die jetzt hier zum Beispiel diese zwei, wir nennen das jetzt einfach mal Kampo oder Romy, die eventuell hier beleidigt sind, weil die benutzt werden als Beispiel, sondern es sind ja auch viele, die sich in dem Beispiel selber sehen und ihnen dann letztendlich da durch die Augen aufgehen. Das sind wieder die zwei Seiten. Das Spiel hier mit Rücksichtnahme ist, die Frage ist nicht, was du tust, sondern warum machst du es. Wenn du das reinstellst, um dich lächerlich zu machen über irgendwelche Idioten, die nichts begriffen haben, wie ich das nenne. Diese Idioten, die nichts begriffen haben, kriegen das nicht mit. Weil das eigentlich bloß Gedanken sind. Aber die Geistesvon hinter den Masken, die lernen an diesem Beispiel. Das sind die zwei Seiten, aber jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Und dazu übertrage ich ganz kurz den Bildschirm. Worauf ich jetzt hinaus will, ist ganz einfach, wir schauen uns jetzt einmal diese Privatsphäre an. Da ist immer das Privatus, die Privatbande. Diese Übersetzungen, dieses Privat im, ohne Beziehung zum Staat, als Privatmann. Interessant ist, dieses Private ist letztendlich, wenn du im Meer bist. Das heißt, dass du hier das Privat, dass du keine Beziehung mehr hast, was jetzt hier zum Staat ist, ich sage, zu irgendeiner Sekte, zu irgendeiner Partei, zu irgendwas, was du offiziell nennst. Das ist Privatio, das ist die Befreiung, die absolute Befreitsein von irgendwelchen Dogmen, von irgendwelchen Menschen, die dich manipulieren, die über dich herrschen wollen. Okay? Ja. Abgesondert vom Staat, abgesondert von irgendeiner Religion, abgesondert von irgendeiner Gruppe. Das bedeutet eigentlich dieses Privatus. Ein Privatmann sein. Und jetzt pass auf, jetzt schau mir, wir wissen, die Vorsilbe, Pri heißt ja vorher, die brauche ich gar nicht eingeben. Pri ist vorher. Dieses Wort Pfad, von Privat kommt von Vater. Das ist der Prophet, der Weihsager, du wirst jetzt dein eigener Seher, dein eigener Pfades. Da kommt jetzt der vatikanische Hügel, HGL. Das ist die Prophezeiung. Wart, Nazio, siehst du das? Der Prophet, der Fakinado, Prophezeien, Weihsagen, jetzt kommst du in eine Art und Weise, dass ich das verwirkliche, was du selber dir prophezeist. Im Positiven wie im Negativen. Ja, sehr gut. Da kommt übrigens dann auch hier, wenn wir jetzt da tiefer noch reingehen, ich will jetzt da die Unterfarme nicht machen, was du feststelle, da steckt im Versteckten auch der Vater wieder, der Pater. Dieser innerste Punkt, aus dem alles entspringt. Das ist eigentlich hier, das kann ich wieder wegmachen. Das ist das Privatmann sein. Pri, vorher. Der Privatmann ist der, der sich selber seine Sachen prophezeit und nicht mehr in irgendeinem Klünkel, in einem Staat, in einer Offizio, in einer himmlischen Vorstellung ist von Religion, von weltlicher Auslegung, von Naturwissenschaft, egal was es ist. Es ist schlichtweg ein Privatmann, ist einer, der selber denkt und sich nicht das Denken vorschreiben lässt von irgendjemandem. Und die Privatsphäre, die Sphäre, die Sephira, ist schlichtweg und einfach deine eigene Traumwelt, die dich einhält. Und die erlebst bloß du. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und jetzt sind wir wieder beim Thema. Ja, das soll man nicht sagen, wenn die das hören, die kennen ja und es ist halt privat bleiben. Beleid. Merkst du jetzt, dass das immer so viele Facetten, so viele Seiten hat? Ja, dieses Private und Familiäre, es ist auch schon mehrfach vorgekommen, dass wenn diese Ellingen-Aufzeichnungen in den großen Verteiler gegangen sind, dass dann ganz merkwürdige Rückmeldungen und Belehrungen und ganz komische Geschichten passiert sind. Aber das ist genau das, was du auch gerade beschrieben hast mit diesem Privaten. Es sind nur, es sind, wenn eine reagieren in dieser Art und Weise, ist es einfach nur ein Programm, das reagiert. Du wirst nämlich feststellen, dass diese KIs, das, was du hineininterpretierst in deine Figuren, es bleiben Kisten und das sind die Kisten, wie das sind KIs. Nehmen wir einfach mal eine Deppenkatze. Du schaust dir jetzt Deppenkatzen an, wo du einen Laserpointer nimmst und dann gehst du mit dem Kätzchen, Kätzchen, das Spiel kann man ja, und die Katze springt an diesen Dingen nach. Oder mir fällt jetzt gerade spontan, weil da die Marion so lagen müsste, da sitzen vier, fünf Katzen und da läuft, die sitzen vor dem Fernseher und da läuft Tischtennis und dann wird die Kamera immer auf das Fernsehbild geblendet und dann wieder auf diese vier, fünf Katzen und die sind voll so grob im Kopf. Permanent fokussiert statt Laserpointer auf den Tischtennisball. Und dann sagst du, totale Deppenkatzen, aber ist das nicht im Prinzip, wenn wir in den Zuschauerraum in einem, wir denken uns jetzt wimpelten Tennis, ist das da nicht genauso? In einem Moment mein schönes Beispiel, wo ich sage, und jetzt haben wir wieder zwei Hälften, wir denken uns jetzt ein Fußballstadion und wir machen jetzt einfach die Situation, dass dieser Ball hinter dem, die alle wie die Deppen hinterher rennen, dass der Ball in den viergegen Kasten, in dieses rechte, in das Tor geschossen wird. Und du wirst feststellen, dass je nachdem, eine Hälfte des Publikums springt auf und schreit, oh, und im selben Moment sacken die andere Hälfte, die sacken in sich zusammen. Das ist das hier, das ist das Beispiel. Ja, ja, okay, gut. Diese zwei Seiten, es gibt an Beispielen, mangelt es ja nicht. Und jetzt ist interessant, dass jetzt die Katze, ob die Gefühle hat, wo man die Tiere hinein interpretiert. Ich sage nochmal, es ist nicht so, niemand, der in deinem Traum aufdacht, erfährt das, was du als träumender Geist erfährst. Du erlebst nur deine eigenen Informationen. Und da gehört zum Beispiel auch dazu, dass dir was auch immer einredet, dass irgendwelche Figuren in deinem Traum was spüren werden. Dass die leiden, dass die Schmerzen haben, dass denen schlecht geht. Es sind deine Interpretationen von Bildern und Gedanken, die letztendlich nur du selbst erleben und erleiden kannst, weil den Traum spürt und erlebt nur der Geist, der träumt. Du erlebst deine Informationen, die jetzt da sind. Und jetzt könnte ich wieder sagen, der Holger wird jetzt viele Sachen das Holger-Programm anders interpretieren, wenn du das Video jetzt in dir laufen hast. Da behaupte ich jetzt, dass das Holger-Programm auf dem Diana-Programm drauf ist, auf dem Reder-Programm ist jetzt dieses Fünnchen drauf, das abläuft. Es wird die Diana komplett anders interpretieren wie ein Holger oder jetzt eventuell ein Kambo oder eine Rumi mit ihrem Programm. Aber interessant ist, dass der, der es erlebt, der Geist ist immer derselbe Geist, es ist bloß ein anderes Wertesystem, wo er zum Denken benutzt. Damit ist alles gesagt. Sehr gut, sehr gut, Udo. Ja.